Weniger als zwei Wochen vor Release von Tales of the Jedi haben wir mehr Informationen zu der Serie erhalten. Wir haben die Bestätigung, dass alle sechs Folgen direkt am 26. Oktober veröffentlicht werden. Aber wir haben auch die Namen der sechs Folgen bekommen. Fünf Folgen, die Folgen Life and Death, also Leben und Tod, Justice, zu Deutsch Gerechtigkeit, The Sith Lord, Der Sith Lord, Practice Makes Perfect, Übung macht den Meister und Coda, was auch immer das bedeuten soll, sind von Dave Filoni selber geschrieben. Nur die sechste Folge, Choices, also Entscheidungen, stammt aus der Feder von Charles und Alan Murray. Was meint ihr, was die Namen der Folgen bedeuten sollen?